Es ist gerade aufgefallen, dass wir ein Zeitlimit haben. Ja, wir haben ein Zeitlimit bei dem Ganzen. Ja, dann hauen Sie doch mal rein, ey. Bewegen Sie doch mal Ihren Elefantenkörper. Entschuldigen Sie bitte, Herr Ochsen. Äh, Sie sind falsch. Sie sind falsch? Ich laufe dir einfach hinterher, weißt du? Von Feinden bewachter Ort erkannt. Was machst du hier, du hin und her? Ja, ich habe gesagt, hier... Wie schön das hier aussieht, so schön wuschelig. Wir müssen uns beeilen. Ja, aber gucken Sie doch mal, es ist doch schön dschungelig. Ich liebe dschungelig hier. Dschungelig. So, dann kommen Sie hier. Wir haben nur ein Viertelstündchen. Hier können Sie raus. Ja. Schnell hier raus. Oh, da bleiben Sie drin, bleiben Sie drin, bitte. Verdammt. Jetzt bist du selber schuldig. Mit meiner Pistole nicht. Ich habe 1.700 Schaden, mein Freund. Jawohl, ey. Ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Komm ran. Ja. Wen hast du? Was sind die? Ach so. Die Sintis? Sie sind. Oh, ich glaube, ich muss mich mal eben kurz... ...Gegner bewacht, ein Ort in der Nähe. Bam, bam, bam. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ne, der Entschlückerdeutsatz ist noch anders. Ja, ja, ich schon klar, aber wir müssen dann trotzdem hier beenden. Ja, beenden sollten wir auf jeden Fall sowas. Obwohl wir das Zeitlimit haben, ne? Ja, 11 Minuten noch. Das ist natürlich nicht gut. Mit der Pistole schießen Sie hier, ist unglaublich. Jawohl. Schon wieder? Los, komm, weiter, weiter. Komm, wir haben keine Zeit für so eine Scheiße. Weiter, weiter, weiter. Hyper, hyper. Weiter, weiter. Herr Ochsen, bitte. Hör auf, Herr Ochsen. Herr Ochsen. Meine Güte, jetzt haben Sie... Komm, wir müssen los. Komm, 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 komm. Papier rechts irgendwie, ne? Kann das sein? Ich hab keine Ahnung, ob wir hier raufen. Hier lang. Ne, hier, gucken Sie mal. Komm doch einfach mit, Mann. Ich bin doch da. Mann, ey. Jetzt laufen wir schon wieder hier durch, ey. Ja, wir zischen hier durch. Schon wieder das Museum. Wieso ist das schon wieder... Ey, hier ist ein Tier. Mehr Ochsen, bitte. Mein Hund, verdammt. Ich hab gedacht, das war ein tollwürdiger Bestie. Sie wissen schon, das Bestie, was ich habe, ne? Oh, wo kommt der denn her? Sie mit ihrem flachen Wichs. Der stand direkt vor mir, aber die Waffe ist so geil. Was? Wo sind sie eigentlich? Sie sind am Arsch der Welt, ne? Granate. Ich lauf zum Ziel, ne? Und du bist am Arsch der Welt, ey. Nein, ich bin auch am Ziel. Ne, du bist überhaupt nichts. Doch, ich bin ja direkt vor ihnen fast. Mhm. Träume weiter, ey. Sie sind ja da so schnell hingekommt. Träume weiter. Ja, leck mich doch am Arsch mit deinem scheiß Kontrollpunkt. Wir haben Zeitlimit. Das stimmt. Wie sind sie denn? Kommen sie ran. Wo sind sie denn da? Sie sind jetzt schon wieder gekommen. Ich muss halt wieder alles alleine machen. Nein, 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 nein. Ich war noch gar nicht zusammen. Wo sind sie denn dann weggelaufen? Ich habe nur noch 180 Meter, dann bin ich am Ziel. Ich habe auch fast. Ne. Du bist ganz vorne. Du rennst in eine ganz andere Richtung. Nein, ich lauf auch zum... Nein, du läufst so nicht. Ich bin nur hinter ihnen. Du bist nirgendwo hinter mir. 200 Meter, doch klar. Ja. Wir sind Gegner. Die rennen genauso weit wie ich. Scheiße, ey. Da sind sie doch schon. Ich sehe sie doch schon. Ich bin doch schon da. Hier sind Gegner. Okay. Und geben wir die? Kann man nicht. Ja, der Typ, den wir erschießen müssen, der ist auch da irgendwo, wo Gegner sind, ne? Guck mal. Waren wir da nicht schon? War da nicht vorhin unser Ding an hier? Ist Trickpack, da müssen wir hin. Schaffen wir nicht, ey. Wir schaffen das nicht. Oh, wir schaffen... Oh, mal diese Pessimismus. Fragbares Gerät. Hier ist noch... Mach mal gleich. Erstmal jetzt den Typen. So, das Ziel ist in meiner Nähe. So, der soll hier sein. Da ist er. Irgendwo in dem Gebiet hier. Ich bin da. Aua! Ich bin down. Hä? Was ist jetzt los? Agent verschlägt. Schaut doch nicht so eine Scheiße mit mir hier. Ja. Wenn du nicht... Du nicht, du nicht, dann du nicht. Wo kann ich denn hier starten? Ja, wenn sie auf mich warten... Aua! Wenn sie auf mich warten, mach ich sie mal eben wieder heile. Ja, ich dachte, sie sind bei mir in der Nähe. Ja, ich bin schon... Ich dachte, wir dröschen hier vor, weil sie sagten, wir müssen das schnell machen. Ja. Oh, das war so blau. Wäre schön, wenn sie mich holen könnten. Bin schon dabei, Agent. Das ist nicht nett von mir. Das ist super nett von mir, finde ich. Der Typ steht hier oben und guckt mir zu, wie ich das mache. Ist das geil. Warten Sie mal, den hole ich mir hier. Wir müssen wir denn jetzt hin. Jetzt über ihn, passen Sie auf. Mach die Straßensau. Oh, der ist wieder nur da. Kommt da. Ich weiß nicht, wieso der da... Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich seh'n. Aua, 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 aua. Aua! Boah, ich krieg von allen Seiten, ey. Ich schmeiß'n Rolli, die macht das schon. Ja, wär super. Und meine Drohne auch. Da fährt ein Auto. Toll. Komm, wir müssen den Typen holen, da. Da fährt ein Auto. Ja, der Typ ist da hinten. Da ist ein Snipey, oder was ist das? Ach, schon wieder ein Auto. Wo ist denn der Bauer von dem Auto da? So, der Typ ist da hinten. Warten Sie. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Wo ist der? Da hinten, wo das komische Pfeilchen angezeigt wird. Wo diese, 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 diese Fahne? Ja, dieses, äh, genau. Dieses orangefarbene Symbol. Das müsste da sein. Was für ein orangefarbenes Symbol? Hier, hinten, wo ich steh. Da, ja, da ist er bei Ihnen, da. Die sind ja schon wieder vorgeprescht. Ja, ich muss ja vorlaufen, irgendwo. Wahnsinn, ich komme zu Ihnen. Wo sind Sie überhaupt? Ah, ich seh sie. Und wo ist sie jetzt? Hinter Ihnen, hinter Ihnen. Da sehe ich so, so, so ein Zeiger. Au! Auch wieder so ein Scheiß. Weißt du, da kommen wieder welche. Da ist wieder einer. Ach, da nehme ich eine andere Waffe, du Affe. Geh weg! Oh, macht mich wütend hier, ey, sowas. Stand es genau vor mir, ey. Ja, ich weiß auch nicht, wo die herkamen. Aua! Ziel lokalisiert. Schmiri! Aua! Mein Arsch gehört... Ich werde hier angegriffen von allen Seiten. Verdammt! Ich bin gleich tot. Lauf doch! Mein Gott, ey. Wie schwerfällig die sich bewegen, ne? Was ist hier los, ey? Medikit, Medikit. So, wo ist der Typ? Medikit. Dahinten, ne? Ja, Vorsicht, der ist gelb. Wie der ist gelb? Gelber. Der Rabbit? Der Rabbit ist ein Gelber. Es steht auch oben links, so. Okay, dann kriegt er jetzt mit dem Snipey. Mach mal Drohne. Ich mach mal Rolli. Ich sondier mal hier die Gegend. Der baut Autos. Okay. Darf ich sehen. So, ich hab die Drohne auf ihn angesetzt, aber der wird nicht lange halten. Das ist ein Mädel, der Rabbit. Okay. Komm mal zu ihm. Scheiße, ich treffe nicht. Der Rote muss da weg, ey. Der baut das Auto dahinten. Scheiße. Geh mal drauf auf die. Okay, der ist weg. Ich hol mir den Autobauer da. Ja, da ist ja der Rabbit. Nee. Aua, 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 aua. Der ist der Rabbit. Helf mir. Ja, ich hab das Auto kaputt. Mein Gott, nee, Miri. Ja, ich mach den Typen hier kaputt, der das Auto baut. So, der ist weg. So, Rabbit ist hier. Ja, dann ist der doch, der das Auto baut. Nein, der Rabbit ist down. Sehr gut. Schön. Da sind aber noch mehr. Rufenaufstieg, 16. Ich hol mal einen Schlüssel. Glückwunsch. Da hinten sind noch welche. Ich muss mal eben Medikid mein letztes nehmen. Oh, da ist... Wir säubern die Straßen. Eine Arschgeige nach der anderen. Abgeschlossen. Jawohl. Gut gemacht, Sheriff. Da ist aber noch einer angezeigt, irgendwo. Ich sag mal mal eben ein, was hier liegt. Ich glaub, hier ist keiner mehr. Okay. Ja, super. Wir haben einen True Sun-Schlüssel, glaub ich. Oder einen Hyäner-Schlüssel bekommen. Das war gut, Agent. Ähm, na ja. Was? Naja, es war okay, sag ich mal so. Es war nicht gut, es war okay. Herr Ochs, nein, ich teig. Herr Ochs, bitte. So. Geht auch noch was? Wow, erstmal nachladen hier. So, das haben wir auch geschafft. Gucken wir mal auf der Karte, ne? Kann man nachladen. Und einmal Karte gucken. So, Karte. Ja, wir haben da noch ein neues CV. Das sind wir noch nicht entdeckt haben. Da. Ruf der Freiheit, ne? Ja, genau. Was meinst du? Und dann könnte man danach den Haupteinsatz da drunter machen. Wir haben ja hier noch diese Geschichte hier mit dem Kont... Achso, die gehört ja zu uns. Alles, was grün ist, gehört zu uns, ne? Ja, das haben wir schon erledigt. Okay, alles klar. Air Space Museum haben wir ja. Dann ist da hinten noch DC-62 Laborquarantäne. Ja. Ziemlich weit weg. Ja, ist ziemlich... Dark Zone. Okay, gut. Nebeneinsatz Air Space haben wir ja. Ich würde sagen, wir gehen in den Safe House, dann können wir auch mal wieder ein paar Sachen verkaufen, ne? Ja, machen wir halt den Safe House frei, ne? Ja. Ruf the Fry heute. Ruf the Fry heute. Okay, dann würde ich mir sagen... Wir switchen da hin, ne? Wir twitchen. Okay. Nein, wir twitchen nicht. Nein! Auf keinen Fall. Also, Freunde. Ich werde auf keinen Fall twitchen. Wollte ich nur sagen. Nein, das wird es nicht geben, glaub ich nicht. Na, vielleicht irgendwann mal. Oh, 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 oh. Ah, da muss ich aber schon... Da muss ich aber echt schon Bock drauf haben. Jetzt ist mal ne Witz. Da rennen zwar noch ein paar Gegners rum da. Was machen die denn? Tanzen die da? Weiß nicht. Komm, wir laufen dran vorbei. Ja, wir haben ja nichts mit dir zu tun. Vor allen Dingen brauchen Sie einen Geschäftssessel für Ihr Popöchen. Ja, ich brauche neun, ja. Ja. Ich könnte jetzt was... Nein, ich sag nichts. Sagen Sie es doch. Nein. Haben Sie schon einen im Auge? Nein, nein. Sagen Sie es doch einfach. Nein. Nein, ich habe... Nein! Ich habe wirklich keinen. Na, sowas. Was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Ich schmeiß mal ne Drohne und ne... Rolli. Mach mal ein Dröhnchen. Rolli. Ich glaube, wir müssen mal damit. Ich will, mach mal hallo. Okay, der eine kippt schon rum von Frau Lotter. Da ist die Lila-Aune der oder irgendwas, dass Lila ist. Da oben ist ein Geschütz, passen Sie auf. Ja, ich sehe das. Ich gucke mal, ob ich da mal ein Snipe drauf war. Die Drohne macht auch ein bisschen Bums. So. Oh. Oh, das war's, ne? Nee, das war noch nicht. Von hinten wird mal angezeigt. Da von hinten kommt jemand angeflogen. Nee, da kommt ein Gegner von hinten. Ah, okay. Ah, ein Gelber. Was ist denn? Da ist ein Gelber. Der ist aber da und... Oh, der hat was fallen lassen. Bin ich mir mal an... Oh, ach, da hinten sind noch mehr. Scheiß, die Wand an. Ich seh den gar nicht. Ja, der ist ja auch tot. Der liegt jetzt hier. Zack. Oh, das ist aber ganz, 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 ganz. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ich schmeiß mal eine Rolli. Ich glaube, das fand ich so eine gute Idee. Oh nein, da ist der, 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 der. Okay. Okay, der ist geflogen. Der ist auch weg. Ist wieder einer mit dem Krönchen da hinten? Na, der ist auch gleich weg mit dem Krönchen. Ja, wenn das ich mich hier nicht sehen soll, das habe ich mir gedacht. Aber jetzt ist er weg. Okay. Ich muss jetzt schnell sein. Ferner, hau doch mal ab da. Ich seh den noch nicht, den geh ich nach. Haben Sie denn da für ein Gewehr? Ja, hören Sie mal. Snipey. Cool. So, das war's, ne? Das wird noch hinter uns von angezeigt, ein Kampf. Ja, wird auch. Aua. Wo denn? Die sind in der Schussbahn. So. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Dahin ist auch ein, eher so ein Typ da. Okay. Nachladen. Drohnen, Dröhnchen kümmert sich drum. Hübsch. Lila Laune Bär ist weg. Das war's. Oder sind noch mehr? So, aufhören. Das war's. Ich glaube, das war's. Ich komme zu Ihnen. Ja. Da kannst du hochkommen, Kollege. Ist alles vorbei hier. Ich bin stolz auf uns. Ja, danke. Ja, stolz auf uns. Wer sagt das? So, jetzt hier links, ne? Weiter. Ja, ja. Oh, die ganzen Busse, die hier stehen. Ach hier, das ist so ein Museum, ne? Ja, das kann sein. Ich schaffte Sherry. Oh, na, Meter noch. Geh ich das? Ja, geh ich das. Wo denn? Genau vor uns. Vor uns? Ich seh die nicht. Genau da. Da, da. Also, teilweise haben wir gesagt, du bist blind. Nein. Du bist wirklich. Ne, du bist blind. Das ist so schwierig. Warte mal, ich mach mal den WLAN hier weg. Du bist blind. Mann, die schießen sich dagegen, die man aufhauten geht. Meiner ist mit dem Kopfschüsschen weg. Okay. Da hat mir noch ein Schütz hingestellt, der Saund. So. Guck mal ein Stückchen vor. Die plöppen bei mir teilweise später auf als bei Ihnen. Ja, ich weiß auch nicht warum. So. Auf jeden Fall, so schaffen wir das ja nie, ne? Weil du rennst dann immer so fröhlich so. Entschuldigung. Weißt du, guckst du in der Gegend rum? Da, da, da werden keine angezeigt. Da, 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 da. Und ich sag, guck mal da, geh ich nach. Ja, und dann seh ich keine und dann frag ich nur nach. Na ja, und dann sind wir schon tot. Nein, sind wir denn noch gar nicht tot? Egal, wir wollen ins Safe fahren. Ja, genau, ins Safe fahren. Hier ist noch so ein Arsch. Down. Sauber. Da kommt noch einer. Den mache ich. Ne, mache ich doch nicht. Ne? Ich bin nämlich zwei. Na, da hinten sind wir auch. Auge hat das. Ey, was haben sie für eine Waffe? Ist ja unglaublich. Ein Sniper. Oh, so. Sie sind ja ein Snipey. Ah, warten Sie mal, da liegt was. Ich bin voll der Snipey, Mann. Hier liegt was. Und da liegt was. Und. Lalalalalalala. Was hier drüben? Hören Sie auch zu rennen. Ich kann nicht anders. Gehen Sie langsam. Ich kann doch nicht anders. Sie können gar nichts. Rot kann schimmeln. Hey, jetzt hören Sie auf. Noch mal zu Ihrem Bürostuhl, den Sie sich kaufen wollen. Welcher war das? Ich will keinen kaufen. Ich hab nicht gesagt, dass ich mir einen kaufen will. Weil den, den, den Stuhl, den ich hier habe, der war schon teuer genug. Aber der ist scheiße. Ja, das ist nicht gut fürs Popöchen. Das ist auch nicht gut fürs Röckchen. Fürs Röckchen? Sie tragen Röckchen? Oh, Gottes Willen. Wollen Sie mal sehen? Oh, Gottes Willen. Jetzt haben Sie eine Fantasie hier. Wollen Sie sich das mal anschauen? Nein, nein, nein. Oh, Gott. Habt ihr das gehört? Fürs Röckchen, Freunde. Hört es euch nochmal an? Fürs Röckchen. Oh, Gott. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Shape House. Herr hat schon bitte, Herr hat schon bitte. Das Röckchen bitte in Rauhler 1. Da, ich hab das Shape House gefunden. Wo sind Sie denn? Sie sind doch hinter mir oder vor mir. Ach, da. Um mich rum. Sie wuscheln immer um mich rum. Dann machen sie das extra. Da ist ein Pfeil. Sehen Sie? Der Pfeil markiert die Stelle. Da bin ich auch gerade dran. Kannst du dir mal in den Schnauze hauen? Wer bist du denn? Da holt er mal eben aus den Sau. War jetzt gut, Herr Ockchen. Oder soll ich so Röckchen sagen? Herr Ockchen. Soll ich Röckchen sagen? Können einfach die Mund halten. Jawohl, Röckchen. Ich halte den Mund. Tragbares Gerät erkannt. Ja, Musik. Elektronisches Gerät erkannt. Ein paar Klamotten verkaufen hier. Ja, Musik. Jetzt irgendwo elektronisches Gerät. Ja, hier ist noch mehr als ein elektronisches Gerät. Ja, da ist wahrscheinlich im Safe-Haus. Äh, im Safe-Haus. Kommen Sie her, ich glaube hier. Hier ist es, hier ist es. Hier ist es? Hier siehst du es. Hier siehst du es. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Nicht da aufmachen. Hier ist doch noch Wasser. Wasser? Ja. Hier geht auch noch was. Moment. Vielleicht ist das elektronisches Gerät hier. Nee, ist nicht. Nee, ist es hier im, ich weiß. Im Safe-Haus, genau. Da müssen wir jetzt rein. Okay, dann gehen wir rein. Im Safe-Haus ist es elektronisch. Wegen Ryan. Ja, wegen Ryan. Ryan. So, Narin. Achso, die haben schon aufgemacht. Ich so, was? Hier ist es. Da ist es. Sieht aus, als wäre noch viel zu tun. Ich schicke Ihnen, was ich habe. Psst. Doch gar nichts. Ach, das ist einfach. Malasadas. Was sind Malasadas? Portugiesische Donuts. Aber die Beschreibung wird Ihnen... Hier, ich mach mal Laufwerk, wie so. Die Mama meiner Freundin hat die Besten der Welt gemacht. Ich frag mich. Oh Gott. Hab sie immer noch lebt? Psst. Es geht ihr bestimmt gut. Es ist eine Insel. Also kann es gut sein, dass das Virus nicht dorthin gelangt ist. Außerdem kann man auf Kao-Yi bestimmt das ganze Jahr über anbauen, oder? Ihre Chancen stehen gut. Sie haben vermutlich recht. Natürlich habe ich recht. Ich könnte losheulen, weil die Chance besteht, dass ich die Malasadas der Mama meiner Freundin nochmal essen kann. Wie albern ist das denn? Kein bisschen, Katzo. Danke, Manny. Und übrigens, es heißt Kao-Yi. Psst. Okay. Okay. Bis nachher. Wir sind im Safe House. Wir verkaufen noch ein paar Sachen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ich hoffe echt, dass ich hatte.